Genauso problematisch ist die exemplarische Aufzählung besonders förderungswürdiger Teile der Kulturinfrastrukturen NRW. Uns ist die Erwähnung und Würdigung der Spielstätten und Clubs der musikalischen Subkulturen, der Aufkulturen, ganz besonders wichtig. NRW ist und war in seiner jüngsten Geschichte berühmt für seine Subkulturen und den Innovationen, die aus NRW hervorgingen. Man denke da einfach mal zurück an Kraftwerk, die aus Düsseldorf heraus die Musik weltweit revolutionieren. Dafür ist es wichtig, die musikalischen Subkulturen auch im Kulturfördergesetz als festen Teil der kulturellen Infrastruktur zu repräsentieren. Hier gibt es bei uns Bühnen für aufstrebende Musikerinnen und Musiker, für DJs und Produzenten. Eine Erwähnung findet aber nicht statt, obwohl wir dies mehrfach angeregt haben.